Willkommen auf dem Promi-Kanal. Bitte drücken Sie den Like-Button und abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Informationen zu erhalten. Und zweite Aufgabe für Helene. Was war das denn? Ich war... Stehe ich total auf den Schlauch. Also vielleicht sagst du zuerst dann, von wem das... Ja okay, ich raus jetzt einfach raus, weil ich wirklich keine Ahnung hab. Phänomen? Ja. Doppeltes Glück war das anscheinend. Wenn man gegen Groß dann angefangen hat, da hatten wir unsere erste Sendung. Nächste Aufgabe für Julia. Bin mir nicht sicher, ob es irgendein Ausschnitt gibt in Julia. Wenn wir unsere Träume leben. Jetzt weinten die Leute. Und aus den Armen gehen. Achso, ich dachte schon, der Song... Okay. Ja, also ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Okay. Okay. 3 zu 3. Choreografien. Diese wahnsinnige Kreativität dahinter, ja. Da hab ich gar nicht voll Text zustanden, aber wenn du das sagst... Möcht' ich die Welt von oben seh'n. Möcht' ich doch allen hier versteh'n. Jawoll! Aber wenn euch die Challenge gefällt, dann abonniert den Kanal. Vierte Aufgabe für dich. Punkt. Ich weiß das? Ja. Bestimmt. Okay. 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 Ich sage mitten im Paradies. Oh. Das gibt's nie zu mir.